Untertitelung des ZDF für funk, 2017 wurde gebohrt und ausgeschachtet. Bei uns, wir wohnen vier Häuser weiter, haben die Wände vibriert und der Boden. Also so stark war das. Und das Haus, wir haben uns so gewundert, war nicht abgestützt. Es war bekannt, es ist ein Haus, es muss ernährt werden, es steht unter Denkmalschutz. Es ist aber in keinem guten Zustand erstmal, es muss ernährt werden und es war nicht abgestützt. Und das ging erstmal gut. Wir haben gedacht, was ist nur mit denen los, dass sie das nicht abstützen, so wir als Laien. Und heute Morgen um halb neun gab es einen riesigen Krach und diese Mauer hat sich runtergekracht. Das war aber auch alles. Dann kam die Polizei, hier wurde abgesperrt und der Denkmalschutz war hier. Dann, heute Abend dann um 6 Uhr haben die hier schon, ich weiß nicht, schon länger, waren die schon am Abreisen. Dann haben wir gedacht, der Denkmalschutz hat zugestimmt, haben wir natürlich gedacht. Nach einer Weile haben wir dann beim Denkmalschutz angerufen, also abends, jemand erreicht und gesagt, hey, guckt euch wenigstens an, was ihr immer genehmigt und so. Dann hat sich herausgestellt, der Denkmalschutz hat es überhaupt nicht genehmigt, ja. Also es ist ein völlig illegaler Abriss hier, ja. Die hatten gesagt, da wo Leute gefährdet sind, so die Ecke, das darf weg, aber das Treppenhaus darf nicht berührt werden. Hier ist schon das halbe Treppenhaus jetzt weg. Wir wissen von Leuten, die hier wohnen, in dem Pratshaus, im nächsten Haus, dass bis 11 Uhr nachts das ganze Haus weg sein sollte, ja. Die haben denen gesagt, passt auf, wir kommen heute Nacht noch bis zu euren Schlafzimmern. Also das muss aber um 11 Uhr fertig sein, das ist unsere Ansage. So, das ist der Stand hier. Jetzt fragt man sich, die Bauprüfungsabteilung des Bezirks Mitte war auch vor Ort, ja, und hat das Ganze mitgetragen. Wir sind dann zur Polizei gegangen und haben gesagt, bitte stoppen Sie das, das ist nicht legal. Daraufhin ist es erst mal gestoppt worden und wie es jetzt weitergeht, wissen wir nicht. Aber es ist, also man muss mehreres überlegen. Hier haben Leute Zusicherungen bekommen, dass sie hier wieder zurück können in ihre Häuser bei gleicher Miete für 10 Jahre, ja. Ja, das ist eine Abmachung und es gab eine Abmachung, dass das Haus stehen bleibt, ja. Und es steht unter Denkmalschutz. So, das sind so die Fakten. Wir fragen uns natürlich, entweder können die nicht bauen, sonst hätten sie es ja abgestützt und wüssten sowas. Ich meine, das sind ganz normale Vorschriften, ja, das macht man immer. Wenn sie das nicht können, sollen sie aufhören zu bauen oder es war Absicht. Das fragen wir uns natürlich. So, und das ist, was man dazu zu sagen hat. So, das ist, was man dazu zu sagen hat.